Hallo, mein Name ist Dan. Ich bin jetzt seit viereinhalb Jahren bei Sogeti. Ich habe da Delivery Management gemacht im Quality Assurance Bereich und im Cloud Bereich. Für Sogeti war ich zehn Jahre IT-Project Manager. Dann habe ich bei Sogeti nach vier Jahren Delivery Management den Switch gemacht zu Community, Head of Community für den Cloud Praxis bei Sogeti Niederlande und jetzt habe ich angefangen bei Sogeti Deutschland, um da eine neue Microsoft Community aufzubauen, die fokussiert auf Cloud. Ich glaube unser wichtigstes Asset sind unsere Mitarbeiter und die begeistern mir wirklich jeden Tag wieder. Und was ich auch sehr mag, ist unsere Kultur. Es ist ganz informell, resultatfokussend. Also ich glaube, das passt ganz gut zu mir. Unser Plan ist jetzt, um eine neue Technologie zu das Portfolio von Sogeti Deutschland hinzuzufügen, nämlich Microsoft und speziell Microsoft Cloud-Technologie. Und wir machen das, wir fangen an in Dortmund. Wir fangen damit an in Dortmund, weil Dortmund natürlich eine schöne Stadt, aber wir glauben auch, dass hier sehr viel Potenzial ist, um neue Mitarbeiter zu begeistern und zu finden, aber auch neue Kunden. Wir fokussieren uns gerne auf den Mittelstand und wir glauben, dass hier viele Möglichkeiten sind in Dortmund. Unser Sogeti Smart Workspace Service kommt jetzt nach Deutschland. Wir haben den entwickelt in die Niederlande, ist das schon sehr erfolgreich. Wir haben den Service bei mehreren Kunden erfolgreich implementiert, zum Beispiel bei der Gemeinde Amsterdam. Mit 20.000 Mitarbeitern entlassen wir die Gemeinde im ganzen Digital Workplace-Bereich. Wir machen den Helpdesk, wir machen den Application Deployment, wir machen da den Monitoring, Regular Monitoring, aber auch Security Monitoring. Wir machen den Device Managed mit dazu, Imaging, Hardware Lieferungen. Wir können die Lizenzen machen. Wir haben da eine Lösung für den Remote Access, für schwere Applikationen. Alles im Digital Workplace-Bereich können wir machen und so entlassen wir unsere Kunden, damit sie fokussieren können auf IT, der richtig wichtig ist für ihre Kunden. Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigster Asset, also da investieren wir richtig viel und das macht natürlich auch sehr viel Spaß. Man ist hier nie ausgelernt. Untertitelung. BR 2019 WDR 2021 WDR 2021